This is the story of the girl named Sue She don't know what do Fell in love with the MC Maxi Mee Causing my heart hysteria On the telephone terror Ich hab nen Kopf von gestern Nacht und bin grad aufgewacht Ich hab nen Kopf von gestern Nacht und bin grad aufgewacht Hab mit Coat nach meinem Konzert noch einen draufgemacht Dachte trink erstmal nen Tee mit Zucker, Schluck mit Aspirin Faste wie n Christ an Ostern oder isst ein Toast mit Dienen Honig aber wenig schronig Bald geht es wieder bergauf Bleib heut zu Haus geh höchstens raus für einen Waldlauf Brauch nicht zu niemand außer Ruhe und ner Fernbedienung Action bitte, nee schön, ne Debatte der Regierung Leg eben doch noch schnell den Hörer neben's Telefon Shit is shell, da ist ja der erste Störer schon Bring die Alarm Another girl is calling Wajoi Maximilian 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 Und ein Hip-Hop-Fan Ich würd dich gerne sehn Sag mir einfach wo und wann Entschuldige, doch haben wir uns denn schon mal getroffen? Kurze Pause, ah sie macht gleich einen aufgetroffen Hey hör mal Suse, schweigen find ich ziemlich unangenehm Du hast mich angesehen Stand gestern ganz vorn Deine Blicke sich in mich bohrt Lange braune Haare, weißes Schuss Das war mehr als nur ein Flirt Sei nicht sauer Suse, doch das Licht hat sehr geblendet Plus hab ich mich mehr dem Mikro als dem Mädchen zugewendet Trotzdem danke für dein Anruf Wirklich du warst sehr nett Denn ich dachte mit dem Spruch wär das Gespräch beendet Ich fänd es schön Mit dir auszugehen Ich könnt mich dran gewöhnen Dich öfters zu seh'n Maximilian 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 Ich bin kein Macho-Showvi, kein Sexist oder dergleichen Kann nur nicht begreifen, wenn jetzt plötzlich Mädchen nach dem Pfeifen Vorher saß ich wochenlang vor dem schweigenden Fernsprecher Nicht mehr Kontakt als ein Hochsicherheitstagsschwerverbrecher Kein Schwein rückt mich an Und keine Frau entrissiert sich für mich Weil mein Motto war auf Eis gelegt wie ein Eskimo Tut's jetzt nicht, bin ich dort froh und sie fragen Warum bist du so arrogant? Ich frag, warum kommt ihr jetzt angerannt? Und war ich eigentlich interessant? Als ich als MC unbekannt war Und ich war wunderbar Jetzt hängt es morgens Mittags Abends Nachts Ich hab so dank und hab mir noch an dich gedacht Maximilian 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 Schau unser Video, ich bin auf Diät, ich bin ein Sicherheitsrisiko, wird mir zu spät. Maximilian, 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 an alle Frauen, die es ernst machen. Und mich nicht nur mögen, weil ich reim, ruft auch weiter an, 0711694539333 Maximilian, 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 Durant, 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 Durant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020